Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer, zu einem neuen Ultimate Team Part. Für diesen Part habe ich mir einiges überlegt und zwar, ihr seht schon, es ist ja Team of the Season und da ist ein richtig cooles Team dabei. Gucken wir uns mal ganz kurz an. Ich werde ein Pack Opening machen und es müsste jetzt noch gerade Happy Hour sein. Ich kaufe mir jetzt ein großes, teures Pack und außerdem werde ich euch zeigen, wen ich mir jetzt endlich gekauft habe. Boah, hier, das wäre geil, das wäre geil, das wäre geil, das wäre geil, also der. Richtig krasses Team. Ist das eigentlich hier? Ja, ist er, ne? Ne, ist er nicht. Okay, ähm, egal. Wen haben wir denn hier eigentlich noch? Okay, oh, richtig krass, wenn ich davon einen ziehen würde. Ähm, und anschließend noch ein Spiel. Also ich ziehe jetzt einmal so ein Pack, zeige euch, wen ich gekauft habe und dann machen wir ein Spiel. Spiel mit meiner Ribéry und Robbenmannschaft nochmal. Ähm, da war ja in Part, welcher Part waren das jetzt? 64, glaube ich, wo ich mit diesem Robben Ribéry Team gespielt habe. Das ging richtig ab. Also da bin ich so geflamed. Ähm, einige finden es natürlich cool und lustig, weil sie halt auch so zu Hause selber abgehen. Es war ein bisschen grenzwertig, muss ich ehrlich zugeben. Und heute will ich dann ein bisschen besser sein, hoffentlich. Ja, also ich werde jetzt dieses Pack ziehen und ihr seht schon oben rechts, ich habe fast keine Münzen mehr. Wo sind die Münzen hin, die ich alle hatte? Ich hatte fast irgendwie 800, 900.000, fast eine Million. Ja, ich hoffe, ihr habt meine letzte Schlag den Basti-Folge geguckt. Dann wisst ihr, wo die Münzen hin sind. Ähm, und andererseits habe ich mir halt einen Spieler gekauft. Und ich fange jetzt quasi wieder ein bisschen weiter unten an. Kaufe mir jetzt aber dieses Pack und hoffe, dass ich einfach übelstes Glück jetzt mal einfach wenigstens habe. Zwölf Spieler, vorwiegend Gold und drei seltene. Das ziehe ich jetzt einmal. Ich bin so gespannt. Das wäre so geil. Oder dann hätte ich das Geld wieder drin. Wenn jetzt ein Team-of-the-Season-Spieler drin wäre, wäre das so geil. Komm! Isco! Ne, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich habe eben mit meinem Kollegen noch das Spiel gemacht. Die Schlag den Basti-Folge. Der hat auch ein 25.000er-Pack gezogen und hat den auch gezogen. Der ist nichts wert, der Kerl. 700 Münzen oder sowas. Martins. Tempo 93. Ja, keine Ahnung. Wir könnten vielleicht ein bisschen was wert. Ach, ich glaube, die sind halt alles nichts wert, ey. Das ist... Das war so eine richtige Verschwendung gerade. Krass war das eine Verschwendung. Macchiardi. Mike Hanke. Kann ich noch eine neue Bundesliga-B-Mannschaft aufmachen hier? Zwei Franzosen gezogen, aber das ist ja, weil das bescheuert es. 25.000, so kann man sie auch nochmal verbrassen. Alter, ist das schlecht. In diesen Packs kriegst du einfach nichts. Da kann man sich eigentlich nur drüber aufregen. Kannst du eigentlich alles hier... Kannst du alles hier wegschmeißen. Den kannst du ja echt abstoßen. Weißt du, da hat der Kollege recht gehabt. Der meinte so, hör, in Esko kannst du abstoßen. Da kriegst du nicht viel mehr für. Das ist erbärmlich, ist das. Richtig erbärmlich. Das heißt, ich muss mit meinem Münzen jetzt wieder von ganz unten anfangen. Hab aber ja natürlich doch meine geliehenen Mannschaften von meinen Abonnenten. Also, weiß gar nicht, was Natali hier wert ist. Das ist 45er Tempo. Zentrales... Nichts ist das. Was hab ich jetzt gemacht? Ups. Ja, das ist so richtig in den Sand gesetzt. Da kann man sich wieder richtig aufregen drüber, über diese scheiß Packs. Und naja, gut. Ich zeig's euch jetzt nochmal. Ich geh mal auf meinen Tauchstapel. Die Preise sind jetzt extrem niedrig wegen der Team of the Season. Die Leute ziehen ja alle Packs wie sonst was. Und ja, meine Bundesligaspieler, die ich doppelt hab quasi, wegen der geliehenen Mannschaft, sind ja auf dem Tauchstapel. Und Robben hab ich mir jetzt gekauft von meinen eigenen Münzen. Und den hab ich für 198.000 bekommen, wie ihr seht. Hat schon ein paar Spielchen gemacht. Hat noch ein paar Verträge. Ja. Naja. Der kommt heute auf jeden Fall in meine Standard-Bundesliga-Mannschaft. 4-4-2, rechtes Mittelfeld. Werde ich mal testen, wie er ist. Im Zweifel, wenn das nicht gut läuft mit ihm, werde ich meine Mannschaft komplett umstellen auf 4-3-2-1 oder sowas. Und ja. Damit habt ihr das jetzt gesehen. Ich werde jetzt aber hier ein Online-Season-Spiel machen. Und da war es ja übelst abgegangen in letzter Zeit. Hab ich euch das jetzt gezeigt? Ja, das hat sich alles gezeigt. Genau, das 3-1 war mein Champions-League-Spiel. Da hab ich über die Champions-League gesprochen. Und jetzt wieder mit der Bundesliga-Mannschaft. Die sind nicht hundertprozentig fit, aber es reicht. Das ist vollkommen okay. Da hab ich Robben als RS. Das ist quasi meine geliehene Mannschaft immer noch. Wer das nicht mitbekommen hat, der muss einfach die letzten Parts nochmal schauen. Da hab ich das immer alles erzählt und gesagt. Mal gucken, was ich hier für einen Gegner bekomme. Anscheinend eine Schlafmütze. Ich wollte schon fast verlassen. Was hab ich hier noch? Das und das. Ich nehm mal das. Das weiße Trikot. Ja, komm. Wenn der jetzt schon so lange braucht. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Aber das ist meistens ein Zeichen dafür, dass der gleich halt alle Wiederholungen laufen lässt. Also ich bin echt mal gespannt. Hier so ein Standard-englisches Team. Obwohl Tevez, nicht Agüro. Nasri. Naja. Gucken wir mal, was da so geht. Ich meine, ich hab ein Bomben-Team. Damit muss ich alles schlagen können. Und ich hoffe, ich... Aber da muss ich jetzt auch nochmal zu sagen. So in dem Video, wo ich mit der Mannschaft hier gespielt hab. Und was hab ich gesagt? Der lässt die Wiederholung laufen und er lässt sie laufen. Wo ich mit Robben und Ribery gespielt hab, haben mich viele voll schlecht geredet. Aber man muss mal sagen, dass der Gegner richtig gut war. Hab ich ja auch am Ende auch gesagt. Ich hab mich einfach nur aufgeregt. Ich hab die Spiele davor verloren. Es lief einfach total schlecht. Und... Ja, dann hat man einfach... Dann hat man einfach gar keine Motivation mehr alles. Warum lässt der die Kacke laufen hier? Ähm... Naja. Und dann werde ich total schlecht geredet. Aber ich hab 5 Tore in dem Spiel geschossen. Muss man halt auch mal anerkennen, ja. Ähm... Das war Ultimate Team Part 64. Ich guck grad nebenbei nochmal nach hier. Ja, warum weiß ich, dass er das durchlaufen lässt? Ich weiß es nicht. Das ist einfach die Erfahrung, die ich jetzt mittlerweile hab. Mit dem Ultimate Team. Und ich will jetzt ein schönes Spiel hier an den Tag legen. Das wär schon richtig cool. Draxler und Hultby, muss ich ganz ehrlich sagen... Oh. Ja, voll verkackt. Passen nicht wirklich in das Team. Ja, Spielbrüchen. Die passen, finde ich, nicht so richtig ins Team. Da würde ich lieber so ein... Ähm... Martinez haben. Die sind halt alle extrem offensiv auch ausgelegt. So ein Martinez wär richtig cool in dem Team. Oder... Äh... Boateng auch in der Verteidigung. Wäre auch cool. Der Boateng in Form. Mein Verbesserungsvorschlag. Und... Äh... Toni Kroos. Die zweite In-Form-Version. Wäre auch eine richtige Entscheidung für die Mannschaft. Ja, so. Ecke. Und ich versuche mal, die Tipps, die ihr mir gegeben habt, anzunehmen. Und das hat schon mal hier ganz gut geklappt. Ich habe auch... Ähm... Wurde mir empfohlen, Ball in der Luft... Spielerwechsel, Ball in der Luft. Wurde mir empfohlen zu machen. Ja, auf was wartet er? Er wartet darauf, dass er den Ball perfekt... Was war denn das jetzt in der Aktion? Ja... Manuel Neuer. Kein Problem. Ähm... Mal gucken, wie das jetzt so weitergeht mit den Ecken. Also... Das eben war ja schon mal nicht gefährlich. Vielleicht hat er die auch nicht richtig gut geschossen. Aber er macht hier so ein paar Tricks. Der Typ hier hat auf jeden Fall ein bisschen Ahnung davon, was er macht hier. Ein bisschen. Ein bisschen ist gut. Aber ich will gewinnen. Ich will jetzt mal eine Chance haben. Oh, gerade noch so. Und jetzt Ribery! Alter, der hat halt einfach einen crämigen Schuss. Habt ihr ja gerade gesehen. Ribery ist einfach geil. Und dass der Pass noch ankommt. Richtig Glück gehabt an meiner Stelle hier. Schön gemacht. Aber ansonsten, es war halt so geplant dann. 1 zu 0 nach 12 Minuten. Gegner muss ich jetzt erstmal ein bisschen hier sammeln, orientieren. Was ist da los? Und ich soll nicht so viel mit den Spielern auf die Gegner gehen. Wir haben ja das... Oh, der war gut. Oh, schön. Ähm... Ich hoffe, ihr habt die Fail-Analyse auch gesehen. Und da wurde mir auch von einigen gesagt, ja, so bei manchen Situationen konntest du einfach nicht viel machen. Das Problem ist halt einfach auch dieses Spielerwechsel, dass ich das mal anders mache. Das habe ich ja jetzt umgeändert in der Steuerungseinstellung. Und ich hoffe, dass mir das so ein bisschen hilft. Ah, da bin ich schon wieder zu viel draufgegangen. War nicht gut gemacht von mir. Ich versuche das jetzt auch mal hier während des Spiels so ein bisschen zu analysieren. Mit meinen Gedanken. So ein bisschen sicher spielen. Ich finde den Gegner nicht schlecht. Er lässt wirklich nicht viel zu hinten. Holtby habe ich jetzt hier am Ball. Und ich vergesse bei... Oh, 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 oh. Ja, das war richtig gut rausgeholt von mir, muss ich sagen. Aber naja. Ja, was will er machen? Ähm... Ich weiß bei Holtby zum Beispiel immer noch nicht, ob welche... Welchen Fuß der starke ist. Robben, 2 zu 0. Schön. Elfmeter sicher geschossen. Schön fest. Obwohl, er hätte noch weiter in die Ecke gekonnt. Ach ja, eine beruhigende Führung. 2 zu 0. Schön. Und der Gegner ist eigentlich nicht schlecht, finde ich. Aber manchmal läuft es halt einfach überhaupt nicht. Auch wenn du gut spielst. Siehe... Nein, 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 nein. Jede Anenda! Ach! Dazu geht's! Der Ribéry! Oh, 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 oh. Knapp, 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 knapp. Ja. Ich wollte halt einfach mal durchrennen, aber das war... ...an der Stelle nicht möglich. Achso, und ich wurde auch in letzter Zeit häufig gefragt, was habe ich denn da jetzt an der Stelle für ein Trikot? Ich kann da jetzt nicht jedes Mal antworten und sagen und sowas. Guckt einfach mal auf den Markt so, was gerade so ausläuft. Da fallen immer coole Trikots, gehen da immer gerade, laufen einmal geradeaus für gute Preise. Die kosten ja nicht viel. Jedenfalls auf der Xbox. Guckt da einfach mal immer mal spontan nach, was gerade so bald endet. Oh, nein! Ich renne genau da drüber. Oh, und ich passe ihm den Ball perfekt vorne hin. Da brauche ich keine Fail-Analyse von machen. Woo! A believer can fly! Und jetzt kann er schießen. Ja. Und jetzt kann er nochmal schießen. Aber da... Oh, Neuer! Voll der Hampelmann da vorne. Uh, David Alaba. So. Schön. Da ist jetzt Ribery. Durch. Oh, warum schieße ich denn von da drauf? Das war alles hier zu schnell. Ich komme gar nicht mit. Das geht so schnell alles. Heutzutage. Boah. War schon grenzwertig. Aber, naja. Alles noch okay. Ne! Ne! Er geht genau drauf. Oh, Ne! Was mache ich hier? Ey, krieg den Ball jedes Mal von mir wieder geschenkt. Schön, schön drauf. Diesmal bin ich früh drauf gegangen. Habt ihr das gesehen mit Manuel Neuer? Wo ist eigentlich Robben, ne? Mit dem hier auch schon lange nichts mehr gerissen. In diesem Spiel. Wow! Darf er nicht zurückpassen? Darf er nicht? Wäre Rückpass? Abseits. Huh! Einmal den Schweiß von der Stirn wischen. Ups! Mikrofon hier mal auseinander nehmen. Ey, krass. Die Zeit geht irgendwie überhaupt gar nicht rum, habe ich das Gefühl. Erst 38 Minuten vorbei. Und es leckt jetzt einmal so richtig. So, dass ich einen Fehlpass mache. Aber genau so, dass halt nichts geht von mir. Ja, das war Arjen Robben mit seinen immer eng anliegenden Shirts. Ja, kein Plan, wieso das jetzt hier rumleckt. Schön, jetzt auf Draxler. Oh Mann, komm! Abseits. Ah, Ecke. Schön! Vielleicht kriege ich ja die Ecke hin. Oh! Nehmen Nachschuss. Bäm! Junge! Das war Robben mal wieder. Mit seinem eng anliegenden Trikot. Er hat immer die eng anliegenden Shirts. Ist einfach Windschneidiger. Deswegen ist er halt auch schneller. Meine Theorie, abseits. Krass, krass, krass. Oh, ich bin immer noch so enttäuscht wegen der Schlag den Basti Folge. Ich meine... Guckt es euch nochmal an. Ich hoffe, ihr habt es alle gesehen. Es spielt sich halt so anders, wenn man nicht Ultimate Team spielt. Ultimate Team ist so ganz anders. Was macht der Junge jetzt da? Den muss ich haben. Den muss ich haben. Boah, der ist halt einfach unglaublich schnell. Na ja, gut. Konter oder nicht mehr Konter? Das ist hier die Frage. Da kommt der von hinten noch angepaced. Ach so, und viele verstehen mich auch immer falsch, wenn ich sage Pace-Wichser oder sowas. Ähm. Da geht es mir nicht um die Spieler. Oft. Sondern darum, wie der Mensch spielt. Aber ich muss ja eigentlich auch zugeben, ich spiele ja auch nicht anders. Ich bin ja auch ein Noob in der Hinsicht. Er war sowieso abseits. Ich bin ja da auch nicht der Trickster. Ich darf mich wirklich nicht so aufregen über andere Leute, weil ich es ja selber eigentlich wirklich nicht besser mache. Ich wusel mich halt auch immer irgendwie durch. Aber versuch da so ein bisschen mit Spiel über sich zu machen. Ja, ich fühle hier glücklich so hoch, muss man sagen. Wobei der Elfmeter, da war ich mit einem coolen Trick hier, ne. Habe ich den Spieler auf mich gezogen? Ja, den darf er nicht bekommen. Ja, den darf er nicht bekommen, den Ball. Ja, das ist halt, das finde ich halt ne Scheiße, dass sowas durchgeht. Da kann man sich eigentlich, über sowas kann man sich wirklich nur aufregen. Da war jetzt wirklich so viel Glück dabei, dass der mit dem da durchkommt. Also ich meine, ich habe ihn ja schon abgenommen. Aber warum ist Ribery jetzt eigentlich auf der Seite? Und Ecke. Der kriegt halt den Ball direkt da vorne nochmal wieder. Und das war nochmal Ecke, ne. Was? Das war mal ein Spieler? Schlecht. Ja, er kriegt den Ball halt wieder. Guck mal. Schon wieder abgenommen. Schon wieder springt er ihm vor den Latz. Und dann wird es gleich wieder spannend hier, weil gleich der Ausgleich fällt. Ich spüre es doch schon. Oh, das hatte ich schon gemacht. Und dann mit meinem falschen Fuß geschossen. Ich gehe jetzt mal auf Ballbesitz. Mal gucken, was da passiert. Ne, ne. Ne. Wo rennt mein Spieler da hin? Ach ja, komm. David Luiz, Kopfball, Tor. Er braucht aber auch immer lange. Der arme Mensch. Und dann kommt sowas dabei raus. Tja. Tja. Vorne in der Mitte steht irgendwie einer. Oder? Oder da hinten Ribery? Ja, danke. Einwurf. Ach ja, irgendwie bin ich jetzt trotzdem ein bisschen chilliger als sonst. Ich weiß nicht warum. Vielleicht weil mir 700.000 Münzen jetzt fehlen. Oh. Guck, 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 guck. Oh, schade. Na gut, das war beim 1 zu 0. Hat schon das Glück, da noch mit der Picke dran zu kommen. Ja, guck. Ne, ne. Ja. Oh, viel zu schnell abgeworfen. Ich wüsste eigentlich überhaupt gar nicht, wo hin. Boah. Boah. Warum, warum? Weisung. Da war gut, 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 Ecke. Meine Ecken werden nicht gefährlich. So, jetzt wird er durchrennen. Nicht. Doch. So. Oh. Der war wichtig. Das war schön easy geklärt und dann verliere ich ihn wieder. Hä? Was war das? Was war das? Was? 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 Was war das? Dimitri. Ja, jetzt pfeift da Alaba. Ja, komm. Ei. Ach, Mann. Ich hasse FIFA manchmal. Oh, faul. Geil. Hahaha. Van Persie. Van Persie. Ja, renn du da wieder hin. Ich spiel aber ihm hier zu und dann wieder ihm. Ja, das kannst du zehnmal versuchen. Wird aber nur neunmal klappen. Warum macht er den Pass auf einmal so doll? Das gibt es nicht. Ja, jetzt musste ich aufpassen, dass er nicht in die Mitte noch spielt. Vielleicht sollte ich mal auf Konter gehen. Das könnte vielleicht mehr Sinn machen. Da vorne. Yeah, Robin. Ich habe ihn doch rennen sehen. Das ist für mich ein Foul. Das ist für mich ein ganz klares Foul. Was ist das denn sonst? Aber wenn das kein Foul war. Das könnt ihr gerne mal im Kommentarbereich beurteilen. Ich meine, der Typ will gerade schießen und wird da dran gehindert. Hat der andere den Ball jetzt gespielt? Ich habe da jetzt... Also, das war jetzt im Eifer des Gefechts. Habe ich jetzt nicht gesehen, ob er den Ball gespielt hat. Meiner Meinung nach ist der Ball einfach weitergekullert. Und das heißt für mich, dass er das Bein angedatscht hat. Und das ist eine gelbe Karte. Oder als letzter Mann, rote Karte, weit am Tor verhindert. Boah. Boah. Gerade noch so. Aber das war anscheinend... Ich weiß es auch nicht. Ob das auch wieder so eine grenzwertige Situation war. Und jetzt pfeift er ab. Nicht. Achso, ist er. 80. Ich denke, wir sind ganz woanders. So, einmal zurückspielen. Und wir müssen jetzt hier einen sicheren Spielaufbau machen. Ich darf jetzt mir keinen doofen Fehler erlauben, weil der Typ macht dann das Tor. Schweini. Oh, abgefälscht. Und der Torwart hält noch. Ich meine, es ist Tschech. Ah, Mist. Das ist echt gerade spannend. Das ist echt nicht einfach. Ich habe gerade richtig zu kämpfen hier. Auf den wollte ich gar nicht spielen. Und da ist er durch. Und nochmal mit Reverie. Oder jetzt ein Kopfball. Oder so. Wuhu. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Schade. Es ist leider nicht in der Ecke noch draus gekommen. Jetzt noch mit Schweinsteiger von hinten probieren. Aber das war mit links. 90. Minute. Jetzt nochmal einmal aufpassen hier unten. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr zu retten für ihn. Und Robben zum, ne, Draxler. 90. Minute noch. Ey, das ist aber euch. Die Luft ist zum Zerschneiden. Spannung hier. Spannung in der Luft. Zum Zerschneiden. Ja, und jetzt hat er keinen Bock mehr, weil 3-1 und so. Keine Lust mehr. Ich bin eine Pussy. Ich spiele jetzt nicht mehr. Und ja, doch. Ja, konnte ich jetzt meine Ehre noch ein bisschen retten? Das war jetzt auf jeden Fall ein Sieg. Und ich bin sehr zufrieden. Es macht richtig Spaß mit dieser Mannschaft. Ribéry und Robben treffen halt immer. Und ich bin echt mal gespannt, wie dann Robben in meinem eigenen Team abgeht. Und das werde ich euch dann demnächst zeigen. Also dranbleiben. Dann spiele ich mit meiner klassischen Mannschaft. 4-4-2. Wen hatte ich da vorne nochmal drin? Gomez und Manzukic in Form. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Video hier wurde ja einiges geboten, fand ich. Und ich habe verdient gewonnen, finde ich, an der Stelle. Ja, sagen wir jetzt einfach mal so. Das heißt, wie viele Spiele noch? Ich brauche nur noch einen Sieg und dann habe ich die Liga gehalten. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, dann braucht ihr jetzt nur noch einen Daumen nach oben drücken, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, um es euch gefallen hat. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, euer Basti. Ciao, euer Basti.